Hallo und Willkommen zurück zu PINGO'S Folge 3 Puppenbauen wird schwieriger Kommen wir mal an Um 4 musst du die Fähigkeiten weise und vorsichtig kombinieren Ansonsten könntest du in dem Loch nur kurz vor dem Ausgang enden Aber solche Nacht du die vermeiden kannst Wir haben 25 und müssen 15 retten Da hast du mir immer noch kurz vom Ausgang gemeint Ja das ist auch relativ einfach Wie es hier aussieht Aber wir müssen die Brücke hochbauen Interessante Idee Nichts Kommen wir Oh man, das was zu lösen hat man hier verkackt Der Bombsi ist bisher weg Und der bote eine Brücke Nein, nein, das ist doch hier ein Wingeropfer Du wirst zwar auch nicht gehen, aber ich versuche es wie möglich sein zu lassen Na super, ich habe es nicht verblickt Na ja, versuch mal wieder Oh ja Am besten mit Pause Und jetzt Pause und Rückenbauer Ob sowas funktioniert Und Pause und Blockierer Ich habe nur gefragt, wie es jetzt da hoch gebaut hat Und der Blockierer kann in die Luft gespielt werden Oh ja Ähm Sowas aber nicht geplant Okay, Blockierer muss fähig gesetzt werden Wir haben es gleich, nur keine Angst Ich schaue eher so, weil ich habe nur in einem Level Oh ja Oh ja Jetzt am besten Ja, so ist gut So ist gut Wir sollen es gehen Oh ja Das ist doch gut Aber es ist doch gut Oh man Ich glaube, wir haben auch falsch überreitet Die ist doch nicht Wie ihr heute Ich habe mir übergelegt, ich komme da am besten durch Das ist doch nicht Wie ihr heute Davon ist es ein bisschen schwieriger. Ah, jetzt ist es in die Luft. Woher kann ich mich natürlich auf den Rückenbord setzen. So wie das gehen? Keine Ahnung. Dann füllen wir uns ab und machen. Superflug. Oh ja. Die Töpfung ist aber schwierig. Man, es gibt noch fünf Minuten mehr an einem Level. Das gibt es doch wohl nicht. Oh ja. Vielleicht gibt es doch wohl Essen nicht. Die Blockie habe ich gar nicht vergessen. Okay. Da muss der Blockie ein. Das ist doch wohl so. Das ist doch so viel zu langer. Das ist doch so viel zu langer. Sollt der nächste Buch noch überhaupt funktionieren? Unisab bei Tokiova Das gibt's doch wohl nicht. Jetzt soll es aber funktionieren. Juna? Ja, du sagst nicht. Die tut ganz gut aus. Ernsthaft ist... Ich hab die halbe Folge da an diesem einen Level verschwindet. Aber ich hab's ja die Lösung. Wenn da... Wenn da... Wenn da... Da... Wenn da nicht noch Swimbrille und Fallbruch hier richtig angesessen hätte, hätten wir es geschafft. Ja. Wenn das mal zu sagen... Ja. Soll es gut aus. Ich habe die Luft hier auch nicht. Ich hab auch nicht mehr Gucke. Gerade es ihn... Es umgebracht haben. Ich hätte es echt oft zu glauben. Naja. Ja. Ich hab's jetzt sterben. Das ist ja hier. der blockiert und der bombt der bombt, der jetzt auch in luft damit wir nächsten loslassen können haben sollten wir jetzt aber alles haben, oder? der bombt jetzt auch hier er ist nicht rum, junger er ist einfach nicht rum er ist doch verflucht was habe ich mit dem lebensmittel da ganz ehrlich ist es sind gerade immer rausgekommen und nach was er steht das war eine gute idee ich bin nur noch grad nicht weich von der stern wissen deshalb habe ich da gerade nicht so ganz drauf geachtet so und jetzt verteilen wir die schön damit ja sowas nicht mehr passiert ich bin auch hier wie er bombt ja, das ist gut mit der blut auf die blut die blut die blut die blut die blut und ich kann den nächsten los zählen ich bin ja und werf in deine abonnen Ich hoffe, diesmal können wir uns endlich mal hin. Ich hoffe, es ging es denn nicht. Nach über elf Minuten. Ich muss nur ein einziger Ender wissen. Ich muss nur noch ein paar Mal sehen. Vergangen wir mal so leicht, wie es aussieht. Ja, wir haben es. Ich brauche einen Kackbrücken und dann lass uns das Level beenden. Warum ist es hier unten, hä? Ja, endlich. Ja, endlich. Endlich. Jetzt müssen wir den Bomben hätten und wir fliegen hier unten. Sonst sagt es uns immer gut. Wir haben dieses Gerät ungesund mit 9 in der Phase. Eingang hoch, Ausgang tief. Ich sehe gerade, ob dieses Level aufreichst. Drum auch immer. Ja. Und man kann sich das ändern schauen. Naja. Wer kennt da, kann das hohe Länge was bringen offenbar. Eigentlich hoch, Ausgang tief. Wenn du nicht genug Schwäge hast und du musst um auf, wenn du nur was zu bringen musst, einen anderen Weg finden, die herunterzuführen. Ein Phase im Level raus solltest du bereits in den vergangenen Level gelernt haben. Da sollte dies kein solches Problem nachstellen. Wir haben 30 und müssen 15 retten. Ja, das ist aber immer noch nicht. Wir müssen die Sessen wieder ein bisschen Leister. Das muss passieren. Das muss passieren. Ich bin keine Sorte, die wir ausprobieren. Ja, in die gewisse Richtung. Faktor Prohn muss ja auch noch ein Kokura. Neuer Versuch. Ja, es ist der Part, der wird völlig ohne Ende, aber naja. Na ja, aber das darf ich aber gleich sein. Na ja. Let's hug you guys. We even put two here. Und eigentlich nur den Preisen vor allem in der Kultur. Und eigentlich nur den Preisen vor allem in der Kultur. oder? und da ist auch noch krass tschüss wir ich sollte ja blühen runterkommen meine Auffassung jetzt, die Kompoblen ist runter und Bomba ja, ist Kompoblen ist ein Bomba jetzt, die Kompoblen und das weiß noch mal dann hat die Video auch und die Kompoblen geschaffen und das kann ich noch mal so, ja ganz besonders und das andere Mal kopf doch einfach und die Beöffnung und die Kompoblen und die Kompoblen und die Beöffnung und die Kompoblen Und die nächste Blüte erfolgt. Ich glaube, das ist der letzte Blüte, aber mal gucken, ob es reißt. Ja, reißt. Wir haben das, wir haben es gesauft. Das ist der Blüte. Ich bin ganz leid. Tschüss. Tschüss, und. Wir haben einfach noch einmal trotzdem gute Arbeit. Wir haben 25 Rettung und Assen gesorgt. Ab ich sie sind gerade erstens sehr spät mit der Zeit. Deshalb ändere ich den Part, obwohl wir noch mehr Level geschafft haben, aber ich werde es geben zum nächsten Part mehr Level. Der erste Part ist hoch und er kann wo er es gab.